Anna Elisabeth Luise von Brandenburg-Schwedt war eine Prinzessin von Brandenburg-Schwedt und durch Heirat Prinzessin von Preußen. Leben Luise war eine Tochter des Maggrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt aus dessen Ehe mit Sophie Dorothea Marie von Preußen. Einer Schwester von Friedrich dem Großen, sie heiratete am 27. September 1755 im Schloss Charlottenburg ihren Onkel Prinz Ferdinand von Preußen. Luise wurde als schön, geistreich und liebenswürdig beschrieben. Ferdinand ließ 1801 in seinem Schloss Bellevue für seine Gemahlin eine Malerei anlegen. Luise starb im hohen Alter und galt in Berlin als Relikt aus frederizianischen Zeiten als Original. Die Berufung des Ernst Ludwig Heim zu ihrem Leibarzt wurde zur Anekdote. Luise ist im Berliner Dom bestattet. Sie hatte bis zu ihrem Tod fünf ihrer Kinder überlebt. Nachkommen Luise hatte folgende Kinder, wobei mit Ausnahme des ältesten Kindes Graf Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau als Vater ihrer Kinder angenommen wird. Friederike Heinrich Luise Lemniskarte 1796 Fürst Anton Reichi Will Christian Luis Ferdinand Paul August Will Christian 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 Vielen Dank.